cool hey ähm du bist ja worden wirst es wollen machen dann machen wir mal okay machen oder Sniper? Sniper hey Leute heute ist immer mal wieder in BV2 heute wenn wir mal diesen Typen tun und ja dann nimmst du mich noch mal ja was ja was merkt so dann starte ich ja mal okay ja bist du gut? geht so was bedeutet das? ähm dass ich auch gut bin also ich bin manchmal gut und manchmal schlecht und was passiert wenn du jetzt schlecht bist? ich bin nicht bewegt ich habe mich nicht bewegt ich habe die Waffe gewechselt bevor die Runde begonnen hat kann man einfach machen auch oha man ich sehe schon mein Untergang bitte bitte lassier mich nicht bitte okay weil das wäre sehr uncool von dir oha du rasierst mich richtig bitte hör auf damit okay? okay weil gegen so einen habe ich keine Chance auch seit wie lange spielst du denn in BV2? drei oder zwei Jahre alter wie alt bist du? das sag ich nicht gar nicht wie alt bist du denn? komm sag das hör doch nur ich und so fünf bis fünfhundert bis tausend Leute mal leid wie bitte? ich bin zehn du bist zehn mit sieben hast du begonnen BV2 zu zocken jawohl ich weiß nicht mit deinem ACH NIE du bist zehn du musst dich doch mal töten oha nicht töten nein nein bitte nicht das war AIMBOD wo war da was AIMBOD hab ich auch gesehen wie es passiert hat hey ich hab dich damit getroffen weißt du wie das AIMBOD da abläuft ich modde oder ich hack ja gar nicht mehr ne weil das kommt ganz 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 selten irgendwas mit motzen ne äh ja leider am meisten mittlerweile online spielst wie bitte? du spielst doch am meisten online ja aber ich modde ja weil ich modde ja nicht mehr weil ich meine PS3 hergegeben habe an den freund also ich kann gar kein AIMBOD oder sowas anmachen ich hab grad ne ganz normale PS3 wie du und ich ich kann genauso spielen wie du ich kann leider nichts machen wirst du trotzdem noch mal zuschauer sein? ja und man du bist so lieb ich finde heute bist korrekt danke ach getroffen wow hast du es da laske? hey redest du immer so oder? so leuten leute leute der hört sich irgendwie so an als würde er ich rede extra ein wenig kindischer ne der hört sich irgendwie so an als würde er genauso kindlich reden der ist wahrscheinlich echt sehen aber das hört sich wirklich so an als würde er nur so tun das hört sich meine zu empfinden so an wenn ihr das auch denkt schaut einfach her was ist hinter mir ah ich treff dich nicht nein bitte nicht bitte nicht das hört sich nicht immer noch an was ist das? wow 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 sie hab getroffen, ja wow 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 auch schon ja voll cool ne ja loll stell dir mal vor du bist einfach nukleart werkt tomahawk christin und stirbt hoha ja das ist voll cool ne so cool ne ja richtig cool ne ja das wäre das beste wurde er je passiert wenn ich fragen darfst du? ich bin 25 wow warum? so alt naja es geht ne na wo bist du? auto drop shot was? was auto was? hä warum gehst du dich immer hin? das war wuhu ich mach was machst du? was machst du? jetzt gerade irgendwas passiert da bin ich durch die gegend das war voll schwang wo hahn nee oder hä wie denn? wie machst du das? wie hast du das gemacht? weiß ich nicht ich hab nicht mal hä aber wie geht es dann mit den dingern die du da gerade gemacht hast was hast du? was hast du? ich kann es sehen ich kann es sehen hey wie du siehst nichts hä ist ein fernseher ausgegangen? nein ich will nichts ich will nichts du musst aufpassen was ist aufpassen? ich will nichts ich will nichts hä wie du siehst nichts hä ich will nichts dann ist es weg ich weiß nicht was du hast wo bist du überhaupt? hä? ich seh dich nicht hey lol 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 du tp's dich lol hä was machst du? häckst du? oder ärgst du? oder ist dein internet schlecht? hä was machst du denn? lol was machst du denn? was machst du denn? was machst du? Hä, wie hast du das gemacht? Hilfe! 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 Was machst du? Was machst du da gerade? Nein! Nein! Was machst du? Ah! 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 Kleiner Hinweis, ich zeige euch mal was ich da gerade mit dem Machwarte. Ich mache mal genau dasselbe an wie bei mir. Wartet. Einmal durchgehen Crazy Flip. Also das dreht sich durchgehen bei ihm. Plus der hat noch falsch herum da was an. Guck! So ähnlich, ne? Nur das geht in alle Richtungen. So. So ähnlich ungefähr, ne? Nur ein wenig besser. Gucken wir mal wieder aus. Ähm. Ähm. Und dann noch das da. Wenn ich es halt finden würde, Leute. Ähm. Fahren. Und du müsstest dabei sein, glaube ich. Oh, sie kann es bei mir selber auch anmachen. Ähm. Ja. Ich versuche es bei mir selber anzumachen. Wartet. Einmal hat er. Ähm. Wo ist denn das? Da. Einmal das. Guck, der sieht das genauso. Genau so sieht er alles, ne? Der kann sich so bewegen, ne? Doch, alles hindurch. Und dann dazu hat er noch Dester bekommen. Hybrid Control geht gar nicht. Rp ist für Kontrolle. Ähm. Da hat er noch Dester dazu bekommen. Dester. Weht ihn halt. Kein Wunder, dass er nicht weiß, was da mit ihm passiert, ne? Ähm. Und das habe ich vorhin bei ihm gemacht. Mit dem Fernseher. Genau Dester. Ja. Wartet. Okay. Äh. 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 Suizid. Äh. 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 Ich glaub das ist bei Minemods. Ähm. Player Shit. Suizid. Suizid. Ähm. Explosion. Äh. 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 Ich töte mich selten eigentlich. Ich habe selten als Suizid. Äh. 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 Aber was ist jetzt überhaupt bei dir? Ich gewi... Äh. Äh. Ich gewi... Äh. Äh. Schlecht. Äh. Äh. Ich will mich irgendwie umbringen. Äh. Äh. Ich bin hier vorne beim blauen Haus. Äh. Wie machst du da was? Äh. Äh. Wie bewege ich? Ich bewege mich irgendwie. Äh. 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 Was hast du gemacht? Äh. Äh. Hey, was machst du da? Hey, ich kann mich nicht bewegen. Hey, ich bin... Hey, was machst du denn? Ich hab gar nichts gemacht. Hey, was machst du denn? Guck mal. Hey, was machst du? Was machst du denn? Was machst du denn? Hey lol, du hast die Leiter weg gemacht. Hä? Hey, was machst du? Kannst du drehen, süß? Hey, nein, kann ich nicht. Du hast BO2 gehängt. Bitte, hör auf zu hacken. Du hast BO2 gehackt. Bitte, hör auf zu hacken. Ich kann nicht hacken. Hä? Was machst du gerade? Ich bewege mich irgendwie und mir wird wieder schlecht. Ich bewege mich irgendwie irgendwie und mir wird wieder schlecht. dann muss ich nochmal raus. Bis gleich. Hey, wie bewegt du dich? Bewegst du dich selbst oder bewegt dich ein anderer? Nein, ich bewege mich irgendwie. Verseite, eine Drehung, Rechtsverdrehung, eine Vorwärtsrolle und eine Hochwärtsrolle. Okay, kannst du mich gleich einladen? Okay, kannst du mich gleich einladen? Hä? Ich bin da. Okay, dann mach mal schnell der PS3 aus, bevor da irgendwas bleibt, bevor du dann alles verlierst, ne? Okay. Ja, schnell schick dich, bevor es zu spät ist. Hallo? Hallo? Wie süß, Leute. Das ist jetzt wirklich süß. Das ist jetzt wirklich süß gewesen. So, beendet. Leute, das wär's dann mit dem Video gewesen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn's euch gefallen hat. Und... ...